hallo ihr lieben herzlich willkommen zurück zu einem neuen video auf diesem kanal mein name ist pokébjörn und neben mir sitzt pokématz und wir werden heute mini tins öffnen von carmesin und purpur richtig ich würde sagen wir öffnen die ersten alle und dann geht es direkt weiter bis gleich okay wir haben jetzt alle tins geöffnet jeder tin ist jeweils einmal so eine kleine karte ist quasi immer ein ausschnitt von diesem bild was es nachher gibt dann gibt es dazu noch einen süßen aufkleber und zwei booster einmal von carmesin und purpur und einmal von strahlende sterne mal es möchtest du beginn ja okay wir haben die jetzt so gemacht dass wir immer sehen in welchem booster die waren das heißt die beiden waren jetzt in dem pikachu booster die dem krukel und so weiter ok was dann fangen du einfach an ok ja und ich nehme die andere ok ja dann los und fast pack magic haben sie und purpur bin ich einmal gespannt wenn sie das andere video gesehen habt von der mopex die xbox da haben wir ja auch wieder coole hits mit bei gehabt schaut euch gerne an könnt euch ich sag es ist feuer was sagst du wasser elektro weiter geht's chevron formel schuppet veloria vitalität band also sex zu leimau pamo nacketilo und team anzug ok dann für speck magic strahlende sterne bin ich ja mal gespannt da muss ich ja wieder darauf achten jetzt kartentrick die vier karten oder ja ich sag kampf ich sag feuer kampf chiens opo oput pachi risu mit kannst du testo ja gut und noch mal und max es und ist das eine kugel karte oder ja auf jeden fall cool sehr schön so ist sie ein marz und du machst schon mal weiter ja noch weiter manologie ok wir sind gespannt, ich pack dir jetzt hier mit hin, dann wissen wir, dass der hier, okay genau. So nächstes Pack von der Tin, gönnt euch, ich sag Feuer, ich sag Pflanze. Okay, nächstes Pack, strahlende Sterne, was kann hier alles cooles drin sein, was ich weiß, ich stelle dir komische Fragen. Es gibt das Glurak V-Alternativ, es gibt das Archeos V-Alternativ, es gibt ein Shaman V-Alternativ und so weiter. Okay, Hi Goodle, Vibrava, Elektec, Resladero, Barmelin, Kaumalat, Knackleon, Zwirlicht und ReituV, wie cool, die sieht ja auch cool aus. Sehr schön, naja, cool, cool, weiter geht's, Mats, du bist am Zug. Ja, diesmal nehm ich strahlende Sterne, weil bei dir hat anscheinend strahlende Sterne mehr Glück gemacht. Okay. Jetzt siehst du deine Mimie. Das wäre witzig, auf jeden Fall. Das war hier. Achso, stimmt, was wird. Gönnt euch. Ich sag, es ist Feuer. Ich sag, es ist Kampf. Und nicht. Sibirio. Foxanas Backup. Bojeline. Elektec. Palim Palim. Kaumalat. Schelast. Knackleon. Pocosan und Morpeko wie. Cool. Faulkarte. Ey, wirklich, Mats, oder? Das war eine gute Idee von dir zu wechseln. Cool. Na, der ist ja auch sehr cool. Morpeko wie. Annagen und abhauen. Aha. Okay. Na dann, bitte schön, Mats. Kamen sie nun pur pur. Nächstes Pack. Da bin ich ja mal gespannt. Eins nach vorne. Feuer. Unlicht. Elektro. Plastwasser. Mob Tiff. Gladiantri. Schlickta. Tentagra. Hyperbile. Psyotra. Psyotra. Psyotra und Knattertox. Lischt. Von wegen, ich hab was. Weiter geht's. Ja. Diesmal malen. Ich kann sie nun pur pur. Und immer wieder strahlende Sterne, oder? Ja. Genau. Gönnt euch. Eins. Ich sag Feuer. Ich sag, okay. Panera. Sonderbonbon. Hefe. Dedenne. Minitalus. EP-Teiler. Frosthalker. Pamu. Und Knattertox. Okay. Dreine Sterne. Next Hack Magic. White Code heißt schlecht, oder? Eins, zwei, drei, vier. Ich sag Wasser. Kampf. Okay. Siberio. Schafax. Tropius. Zwirrlicht. Porrenta. Das sind witzige Artwork. Der Lauchhieb. Ohweil. Ohweil. Slimer. Sleevel. Caradones. Und? Pocosal. Okay. Der nächste will. Ja. Gib uns langsam der Platz aus. So. Du darfst diesmal wieder Strahlensterne. Okay. Okay. Vorletztes Pack. Für mich das letzte Pack. Also Last Pack. Gönnt euch. Ich sag es ist heuer. Was sagst du? Pflanze. Hefe. Turmel. Driflon. Filori. Noctusca. Mesalona City. Drif Zeppelin. Tarone. Da noch wehe. Sehr cool. Let's go. Krasse Karte. Die sind ja auch cool. Die sieht cool aus. Krass. Cool. Cool. Sehr schön. Sehr schön. Hast du noch das Lief? Nee, ne? Nö. Dann will ich dir mal eins geben. Wo war die jetzt drin? Hier. Okay. Dann werde ich jetzt schauen, was hier drin ist. Pflanze. Ich hab' meuer. Oh ja. Kributak. Studium. Äh. Stadion Ruine. Epumentas. Yolu. Staralili. Hokumil. Laukaps. Pipi. Pipi. Topfam. Und Max Sachs. Mann. Okay. Na gut. Okay. Was sagst du, Mats? Wie findest du die Hits? War jetzt in den, weil hier war nur in den, ähm, kamen sie in den Purpur-Booster was drin. Sonst war es immer hier das, äh, strahle Sterne, richtig? Ja. Cool. Hat sich das gelohnt? Was sagst du? Ja. Für uns schon wieder viele coole Karten dabei, auch neue Karten. Ja. Die haben wir alle noch nicht, oder? Alle außer Raupack. Die habe ich schon. Die haben wir schon. Das Video ist aber noch nicht online. Okay. Das wusste ich gar nicht. Echt? Ja. Okay, na dann, ähm, ja, also, Garnowil, coole Karte, auch die anderen Karten, sehr, sehr cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und kein Video mehr zu verpassen. Kanal abonnieren und Glock aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Pokéman und Pokébion. Ciao. Ciao.